Ja, heute sind wir in einer ehemaligen Luftschutzanlage, wie ihr sehen könnt. Und ja, schauen wir mal, was uns bei dir so erwartet. Gucken wir einfach mal, wo uns das Abenteuer heute hinfüllt. Wenn ihr wissen wollt, was wir hier so erleben, dann bleibt dran und kommt mit. Ja, hier war ich speziell. Wir haben schon den eigenen passiert. Ich glaube, wir ziehen diese eigentlich immer gleich aussehenden Gänge. Ich versuche nur noch ein bisschen mehr Licht das Dunkle zu zaubern. Das sieht doch schon gleich viel besser aus. So, in diese Richtung ist das Ganze zu hoher. Schüttet man doch auch. Aber das ist auch ein Loch in Reingang. Okay, gut. Wie ihr hier sehen könnt, ist hier alles. Natur, Stein und ist alles betoniert. Ich habe heute auch noch Begleitung, ein Kollege von mir ist mit dabei. Und ja, da ist der Eingang, den wir jetzt nehmen müssen. Müssen wir sogar. Da hinten müssen wir hin. Ich werde jetzt mal versuchen, das Ganze laufen. Seidou, jetzt mal ruhig. Ah, ich habe den Pinn gefunden. Mit der Knie scheiße, Alter. Ich habe den Pinn gefunden. Mit der Knie scheiße, Alter. Ich habe den Pinn gefunden. Und da, guckt euch das mal an. Das ist einfach nur schön hier. Na gut, hier liegt jede Menge Müll. Aber wir schauen noch, was das hier noch so zu entdecken gibt. Ich finde es das Ganze wird im Übrigen heute ausgeleuchtet. Nur mit der H2R Nova von Olight. Und jetzt habe ich hier eine ganze Versitterung. Und die hier diese ganze Zeit lang wachsen. Sehr feucht hier unten alles. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Überall haben wir diese Kalkablagerung. Die ganze Zeit, der komplette Boden ist voll. Der komplette Boden ist voll. Diese komplette Anlage sollte ja damals als OP Bunker genutzt werden. Und wurde halt zu Kriegszeiten erbaut. Ist aber zum Teil das Kriegsende gar nicht fertiggestellt worden. Und kam somit Gott sei Dank nie zum Einsatz. Auch hier wieder alles voller Verkalkung. Das ist echt wunderschön hier unten. Ich kann eigentlich gerade gar nicht viel mit dieser Anlage sagen. Weil es hat eigentlich alles schon, was ich so an Infos dazu hatte. Fasziniert davon, wie sie unten eigentlich aussieht. Ich lass auf. Ich lass auf. Gängen. Hier endet es wieder. Hier geht es dann wieder weiter. Hören wir nochmal die Lampe rein. Da hinten ist dann zum Beispiel... Einer... Einer der eben noch liegen. Zugänge nach draußen. Der lautet nicht mehr. Zugänglich ist. Hier geht es schon auch noch oben. Hier haben wir wieder auf den Hauptgang. Talbahn. Ich glaube, das ist ein Dach. Nein, ich bin da vielleicht nicht gekommen. Ich glaube, das ist ein Dach. Ich bin da vielleicht nicht gekommen. Von da hinten sind wir gekommen. Dann gehen wir das hier in diese Richtung noch mal ein Stück weiter. Hier ist das Ganze dann zu Ende. Hier ist dann einfach nicht mehr. Hier ist abgemauert. Hier könnte es mal weitergegangen sein. Aber jetzt ist hier noch dazu. Das war es dann auch heute schon. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Oder ein Abo, damit ihr zukünftig nichts mehr verpasst. Und dann... Ach, hier geht es auch noch lang. Dann... sehen wir uns... beim nächsten Mal. Bis demnächst. Tschüss. So entstehen unter anderem noch ein paar schöne Bilder, die wir hier immer so zaubern. Ich werde euch gleich mal noch ein Bild davon einblenden. Und ja, wir lassen jetzt hier noch den Abend ein bisschen ausklingen. Und wir noch ein paar schöne Fotos schießen. Und dann... sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.